Okay, Chat, da wären wir wieder. Wenn ihr letzte Woche nicht dabei wart, Chat, Home Safety Hotline. Wir haben letzte Woche einen kurzen Dipper reingemacht und dann bin ich Game Over gegangen. Heute wollte ich aber das ganz durchziehen, weil ich hatte letzte Woche nicht so viel Zeit gehabt, um das komplett durchzuziehen. Aber heute können wir es durchziehen. Und zwar, man arbeitet, es ist quasi wie diese ganzen Spiele von wegen, dass du irgendwo so Anomalien suchen musst. Wie zum Beispiel den Exit 8 mit den Anomalien suchen musst. Oder hier, wie heißt das, dieses Duty-Game, wo man diese Kameras immer gucken muss und dann nach den Anomalien suchen muss. Und das ist quasi auch so, das Game, nur mit ein bisschen Story und mit ein bisschen mehr. Und zwar hat man ganz viele Sachen von Observation Duty. Genau, I'm on Observation Duty. Drain your duty, genau. Und du hast halt ganz viele Beschreibungen für alle möglichen Anomalien. Und jemand ruft dich an. Du sitzt halt in der Hotline und dann jemand ruft dich an und sagt, yo, Mann, in meiner Wohnung ist es momentan echt komisch kalt. Ich weiß aber nicht, wieso. Ey, Heizungen sind an, aber es ist trotzdem kalt und so. Und dann musst du deine ganzen Anomalien durchgehen und herausfinden, was könnte es sein, dass es bei ihm die ganze Zeit so kalt ist. Und wenn du aber viele davon verkackst und immer die falschen Dinge sagst und so, dann wirst du gefeuert. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und das ist mir letztens noch passiert. Diesmal machen wir es aber richtig. Wir müssen dann zusammen gleich irgendwie klären, was es sein könnte, was es nicht sein könnte und so und versuchen, das durchzuziehen. Und das Spiel wird halt immer mehr und mehr weird. Gehen wir rein, Chat. Hab nicht zugehört. Bist ja auch ein Opfer. Danke. Einmal zuhören. Sonst halte ich mal in meine Fresse und dann rede ich mal ein bisschen länger. Er hört nicht zu. Und diese Scheißsträhne fuckt mich wieder ab. Ich mach sie einfach auf die andere Seite. So, ähm, ich müsste, glaube ich, alles nochmal löschen, oder? Ja, hier, Reset. Weil sonst fange ich, glaube ich, direkt am zweiten Tag an oder so. Oder am dritten Tag. Am dritten Tag haben wir, glaube ich, verloren. Und am dritten Tag hat auch Gott die Musik erschaffen. Ähm, da hab ich ja verloren. Und, ja, deshalb müssen wir jetzt von vorne anfangen. So, äh, hier ist nochmal die Werbung, worum es geht. Feuerbrand ist eine Anomalie. Metamorphosis, Alter. Okay, let's go. Ich weiß nicht, wie viele Tage das Game geht. Weiß es einer, Chad? Hat es einer von euch durchgespielt? Wie viele Tage geht das? Eine ganze Woche einfach nur? Poppy, hast du es durchgespielt? Cock-In. Ich glaube, ich muss auf die Seite am besten gehen. So, das sind jetzt unsere ersten paar Anomalies, die wir hier haben. Hier, Bad Bugs. Bees, Black Mold, Carpenter Ants und so Cockroaches. Okay. Das Chef. Ich hab letztens die sieben Tage gehört und gelesen. Das Gebiet ist dein. So, okay. Erster Arbeitstag. Let's go. Diesmal mach ich alles richtig. Mal gucken, ob es immer dieselben Anrufe sind oder halt gerandomized ist. Mal schauen, ne? Raccoon. Irgendwelche Ticks. Termiten. Ich glaube, wir haben auch unendlich viel Zeit. Also, wenn die anrufen, dann können wir, glaube ich, super lange schauen. John hier. My wife insisted, I call this number. It sounds like she thinks we might have some kind of infestation. My wife keeps telling me about specks of dirt or something in the kitchen. Just looks like coughing to me. I don't know. You tell me, I guess. Ja, und das war, glaube ich, ich hab letztes Mal, glaube ich, gemacht. Ich hab, glaube ich, letztes Mal gesagt, das ist, ähm, das hier, ne? Aber ich glaube, das war falsch. Ich hab gesagt, das ist Schimmel. My wife keeps telling me about specks of dirt or something. Und das war, glaube ich, falsch. Ähm, black mold is a common household fungus. Und ich geh mal wieder nach oben. Und es ging ja um die Küche, ne? Es ist in der Küche und es sieht aus wie Kaffee oder so. Bad Bugs are small insects known for feeding the blood of humans and other mammals. And their tendency to inhabit sleeping areas. Okay, das wahrscheinlich auch nicht. Ich denke mal, es sind auch keine Bienen. So klingen Bienen. Ich denke mal, es sind keine Bienen. Carpenter Ents are small insects known for nesting inside of wood. Homeowners infested with these pests sometimes report a faint rustling sound. Ne, das ist es auch nicht, denke ich, ne? Aber würdest du so eine Biene daten sofort? Ich denke mal, das sind auch nicht die hier. Wusstest du nicht, dass Black Mold eine Anomalie ist? Ja, jetzt weiß ich das. Seeing droppings that appear similar to coffee grounds. Uh. Small insects known to become a household pest. Homeowners with cockroaches infestation commonly report seeing droppings. That appear... Aber was machen die denn? Was machen die denn, dass sie so Tropfen hinterlassen? Ist das die Pisse oder was? Not in danger to humans, but a known disease carrier. They frequently inhabit kitchens and other areas. Used to prepare food increasing the risk of disease. Das ist deren Code, aha. Ja, das ist es, Chat, oder? Nehmen wir, oder? Würde ich das so abnehmen? Schon, oder? Weil es ist... Weil es ist... Wir haben noch einen Gopher. Das ist er nicht. Eine Hausfliege. Ist es halt auch nicht. Eine Hausspinne. Sticky fat like webs. Ne, ne. Das ist es nicht. Es passt alles eigentlich schon zu sehr drauf, ne? Es passt schon alles perfekt. Jo, gute Nacht, Asail. Okay. Die melden sich dann immer am Tag danach oder so. Ob das okay war, was wir gemacht haben. Ich hatte letztens eine riesige Spinne in der Dusche. Das war sick. Hast du gegessen? Hey, Maeve! Hi, I'm so sorry. My name is Grace, and it's probably nothing, but I thought I'd call just in case. Lately, I can't sleep at night because of this annoying little sound coming from my attic. It sounds kind of like, you know, it's probably nothing. I'm sure it could just be regular old house noises, but I just thought I'd call to ask and make sure. Das weiß ich nicht mehr, was ich letztes Mal genommen habe. Please, hold. I, I. Was haben wir denn für Sounds? Weiß noch jemand, was ich letzte Woche genommen habe? Raccoon haben wir keinen Sound? Moles. Ich denke mal auch nicht, dass Maulwürfe auf dem Dachboden sein werden. Ich glaube, ich habe letztes Mal Mäuse genommen, ne? Sieht wild, das Game aus. Er ist ganz cool. Ich glaube, ich habe letztes Mal Mäuse genommen. Mies are small, worthless rodents commonly found in the household. Homeowners with a mice infestation commonly report ignore marks. Smaller rodent droppings and sounds of squeaking. Ja, wir haben nur das Geräusch, ne? Capable of carrying any number of disease, ne? Könnte halt auch was anderes sein, ne? Ne, Fliege ist es nicht. Ne, ich glaube, ich habe damals die Gophers genommen, wegen dem Geräusch, habe ich die genommen, ne? Gophers are small, brown, furry mammals with enlarged front teeth that are known for living in burrows. They can become a pest to homeowners when they choose to borrow on their property. Ja, das ist halt nur im Garten. Das wird auch nicht auf ihrem Dachboden sein. Das wird ja nicht auf dem Dachboden sein. Small insects known for nesting with hormones with these pests report faint rustling sound coming from their walls. Ja, ich muss Mäuse nehmen, oder? Alles andere klingt irgendwie falsch. Oder Moment, Raccoon. Was war beim Raccoon? Raccoons are small, nocturnal mammals with gray and brown fur, known for their tendency to rummage through a garbage cans or nest in ethics. Homeowners infested with raccoons often report frequent garbage spills or clattering sounds at night. Also da steht auf jeden Fall was vom Dachboden. Raccoons are capable of biting humans and spreading deadly disease, such as rabies, so caution around them and vice. Essentially their feces can contain deadly parasites, which is... Raccoons are quite intelligent and are thus quite tricky to remove from home safely. Preventive measures include securing trash cans. Was hat sie denn gesagt? Lately I can't sleep at night because of this annoying little sound coming from Attic. It sounds like bla bla bla. It's probably nothing. Aber wäre ja nicht lauter. Weil der einzige Hinweis, den wir haben, ist Attic. Aber hier steht Nest. Ja, okay, hier steht Nest. Dass die ihren Nest da oben haben. Und ich denke mal, nachts schlafen die dann da oben und deshalb hört sie das immer. Und tagsüber hauen die dann ab und suchen irgendwo nach Müll oder so. Ja, komm, wir probieren einfach mal, Raccoons. Bei Mäusen haben wir keine einzige Überschneidung. Außer, dass ich denke, dass das Geräusch, was sie gemacht hat, klingt wie Mäuse. Nein, ich hab Mäuse genommen! Ich hab so sehr an Mäuse gedacht, dass ich Mäuse genommen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Chad, ich bin dumm. Ich hab so sehr an Mäuse gedacht. Nee, ich will nicht neu starten. Wir schaffen das schon. Dank hier. Last week I called your guys about some crap in my yard. I was told there wasn't anything to worry about. Well, guess what? There's more piles of crap in my yard. I'm talking huge piles of brown out there. You better not tell me it's nothing again, because I know I've seen something moving out there. Tell me what it is, so I can take care of it once and for all. Das ist ein Raccoon, Chad? Please, oh. Da ist super viel Müll in seinem Garten. Ist das ein Raccoon? Hier. Homeowners infested with raccoons often report frequent garbage spills or clattering sounds at night. Piles of brown klingt nach Maulwurf. Ja, das hab ich, glaub ich, letztes Mal genommen. Aber wieso redet er von Crab? In my yard. Crab in my yard. Wieso redet er von Crab? Aber ich glaub, die hab ich auch letztes Mal genommen. Small dark brown furry mormons with pointed pink nuzzles that are known for living in deep burrows. Their burrows tend to look like volcano-shaped. You better not tell me it's nothing again, because I know I've seen something moving out there. There's more piles of crap in my yard. I'm taking huge piles of brown out there. Gophers are small brown furry mammals with enlarged front teeth that are known for living in burrows. They can't become a pest home known as when they choose to borrow on their property. Commonly damaging gardens. Mit Crab meint er vielleicht Kacke. Kacken, Maulwürfe außerhalb von ihren Höhlen. Also entweder Gopher. Ich würde aber sagen eher Maul oder Raccoon, oder? Wer hat den Maulwurf auf den Kopf gemacht? Vielleicht, weil so ein Maulwurfhügel aussieht wie so ein Kackhaufen. Ja, das ist das auch, wo Escape drauf hinaus wollte. Ja, komm, nehmen wir die. Ich denke, weil wenn man ja Game Over geht, wiederholt man nur den selben Tag. Ich denke mal, dass die Fehler sich nicht auf die anderen Tage rüber gehen. Also dass sie sich nicht summieren dann. Also dass wir quasi ein Reset bekommen nach einem Tag. Der. Äh, Tweak-Segment hier. Just calling to inform you that your refrigerator's been running wild over here for the past 45 to 90 minutes. Been running wild. Better head on over and catch it, big fella. Okay. Mein Kühlschrank zu Hause macht wohl gar nicht schön lause Geräusche. Ist auch ne Anomalie. Der Kühlschrank Geist ist da. Hat mein Essen gegessen. Hab leider meine Switch zu Hause gelassen. Kann leider nicht nebenbei zocken. Also muss ich mich jetzt leider mit euch begnügen. Oh, Anruf. Hey, do you guys have a lawnmowing service or something? My good for nothing kid refuses to mow and it's getting real crazy out there. Look, I'm like a rainforest over here. My kid is complaining about being too sick to do anything about it. Meh, 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 meh. Stress of this stupid lawn is giving me a headache just thinking about it. Can you guys, can you send some guys up to get this done? Das war halt ein super komischer Anruf. Ich kann nicht irgendwie ihn einem, jemanden schicken, der für ihn das Gras mäht. Aber ich hab glaube ich irgendwas gewählt. Letztes Mal, dass er angerufen hatte und Panik geschoben hat, dass irgendwie irgendjemand krank geworden ist oder so. Also muss ja irgendwas im Gras sein, was gefährlich ist. Irgendwas, was im hohen Gras lebt. Und ich habe letztes Mal die Ameisen genommen, weil ich gesagt habe, ja, die Ameisen essen bestimmt das Gras dann weg. Ja, das ist eine Zecke, ne? Ja, das ist eine Zecke, ne? Ja, nehmen wir den, ne? Weil er hat auf jeden Fall angerufen danach und hat gesagt, irgendwie sein Kind ist jetzt super krank und dem geht es richtig scheiße oder so. Ich denke, das will ist der Raptor. Ne, haben wir leider nichts zur Auswahl. Okay, das war Taka jetzt. Oh, 100% richtig. Das heißt, die Mäuse waren richtig, Chad. Die Mäuse waren richtig auf dem Dachboden. Stark. 100% ran. Ran. Hatte gerade selbst das übelste Ungeziefer bei mir auf einmal einfach so eine Riesenkäfer, der in meine Lampe fliegt. Züchte es. Züchte es. Und übernimm die ganze Welt damit. Hier, dann kriegt man immer so komische Mails hier, wie die hier. You didn't know me, but I used to have your job. You are in danger. Quit today before it's too late. You don't know enough. It's not too late to quit freely. Trust me. Also, dieser Job scheint wohl auch irgendwie gefährlich zu sein. Habt ihr auch gesagt, Waschbären sind nachts unterwegs und weniger tags. Hast du ein Waschbärenproblem zu Hause? Und wenn ja, wieso nennst du das Problem? Ist es nicht super toll, wenn Waschbären bei dir zu Hause sind? Waschbären sind schon süß. Shiva, ich sehe den Chat nicht. So, wir kriegen gleich neue Andermolise hier zur Auswahl. Bist du ein Waschbär? Ich wünsche dich wie eins. Die schwarzen Ringe um meine Augen hab ich schon. Hehe. Hello, it's Carol again, your supervisor. I'm calling to let you know that you have been granted access to additional household hazard information. Please be aware that this information is confidential and not to be shared with anyone outside of HSH. If you diagnose one of these hazards, we will be providing only information to the clients that is pertinent to addressing their concerns. Nothing more. Thank you. Thank you. Es gibt in Deutschland Waschbären? Echt? Ich dachte, die gibt es bei uns gar nicht in Deutschland. Es gibt in Deutschland Waschbären? So, jetzt haben wir neue Dinge. Flötermaus. Bedwanzen. Carbon Monoxid. Kann man das Game so freispielen, dass immer mehr dazukommt? Ja, jeden Tag kommt immer mehr. Es sind wohl sieben Tage und jeden Tag kommen mehr. Schon am Straßenrand getroffen. Wild. Sorry, I'm, uh, calling to see if you might know about anything I can do to, uh, sorry. Uh, anything you can do to, uh, prevent pollen from coming in the house? I think there's something seriously wrong with my ventilation or something, because I cannot stop sneezing. Okay, er kriegt, er hat eine Pollenallergie und er kriegt nach Hause Pollen rein. Und ich glaube, wir haben letztes Mal die Bienen gewählt, weil Bienen ja Pollen transportieren. Aber, oder ne, ich glaube, ihr meintet, ich soll vielleicht Bienen nehmen, aber ich glaube, ich habe mich dagegen entschieden. Weil ich gesagt hatte, wieso sollen die Bienen bei ihm zu Hause rumfliegen, wenn sie Pollen sammeln? Einer ist nachts bei mir auf der Arbeit, auf der Feuertreppe unterwegs. Gibt es die vielleicht nur in bestimmten Teilen Deutschlands, irgendwie nur im Süden Deutschlands oder so? Ich habe noch nie in meinem Leben hier in Nordrhein-Westfalen irgendwo ein Waschbär gesehen. Oder gehört, dass irgendjemand hier irgendwie von Familie oder Freunden oder so erzählt, oh, bei mir gab es heute Abend einen Waschbärenangriff oder so. Die sind halt eingeschleppt, die sind nicht Native-Waschbären. Ich wurde mitten in Deutschland unserer Stadt des Führers Waschbären bekannt. Okay. Bakuns sind Neo-Zoen bei uns und haben keinen echten Fressfeind und haben ein dickes Fell. Also Winter auch unproblematisch für die Racker. Die wüten bei uns oft im Garten, klauen Gummistiefel. Bestimmt sind das Marder oder so. Ich wohne in NRW und die gibt es hier. Vielleicht verwechselt die mit Mardern oder so. Die illegalen Waschbären, die illegalen Einwanderer einfach. Äh, okay, Chat. Pollen. Zu jedem dring ich mir zu Hause Pollen ein. Wieso hat er zu Hause Pollen? Wer von diesen Viechern könnte ihm Pollen nach Hause bringen? Vielleicht sind das gar keine Pollen. Sondern er muss wegen was anderem niesen. Wie ist Black Mold? Der Schimmel, meinst du? Report a musty smell, allergic reactions and breathing problems. Aber er sagt ja nichts von einem Gestank, oder? Und er sagt ja, okay, allergische Reaktionen niesen, ja. Und er sagt, kannst du irgendwie... I think there is seriously something wrong with my ventilation. Vielleicht eher da drauf gehen, dass irgendwas seinen, äh, seine Lüftung sabotiert. Was ist irgendwas im Keller? Ja, bei Bedwansen steht nichts von, dass die, äh, sowas auslösen, was er hat. Hormoners infested with bad bugs often report itchiness and sometimes a delayed onset of rashes. Also ja. Wieso Feuer? Da sind ja diese komischen Hops. Da sind ja diese komischen, diese komischen Geister hier. Vielleicht hat einer von denen irgendwie seine, seine Lüftung ausgemacht. Nee, das ist er nicht. Das sind die, die die Deskzimmer sortieren. Schimmel kommt auch wegen schlechter Lüftung. Bienen nisten oft in Lüftungsschächten. Oh. Was ist, wenn in seinem Lüftungsschacht die ein Bienennest gemacht haben? Dann kommt vielleicht auch Pollen so dadurch in seine Wohnung rein. Das ist was im Garten. Hier Fracture Hop. Das sind die Hops, die immer irgendwie was kaputt machen, die was ankratzen oder so. Frozen Pipes. Das ist es nicht. Dann stinkt es immer. Der Gopher ist es nicht. House Fires. Hattest du nicht letzte Woche eine ähnliche Erklärung mit den Bienen? Nee, ich hatte letzte Woche die Erklärung mit den Bienen gehabt, von wegen Bienen fliegen rein mit Pollen. Und aber dann habe ich gesagt, wieso sollen die mit den Pollen in die Wohnung reinfliegen? Aber wir hatten nicht die Idee gehabt, dass die einen Lüftungsschacht einen Nest bauen, einen Bienenstock aufbauen. Hausflieger, Hausspinne. Was haben wir hier noch neu? Pipe Growth. Das ist es auch nicht, ne? Pipe Hop. Das ist es auch nicht. Aber noch was Neues. Sterluck. Sluck. Ich denke mal, das ist der auch nicht. Termiten. Also Chat. Entweder Bienen oder Black Mold. Weil bei Black Mold steht auf jeden Fall, dass... Dass es eine allergische Reaktion gibt. Und Atemprobleme gibt. Aber würde er sonst nicht irgendwie was erklären, von wegen... Yo, bei mir gibt es überall Flecken oder so. Schimmel, warum? Die komplexe Lösung nehmen, wenn es keine einfache gibt. Kannst du nochmal den letzten Abschnitt zeigen? Von ihm hier. In the past I haven't had problems so long as I've stayed inside. But I think something is getting in. Weil ich glaube, das Spiel läuft ja darauf hinaus, dass es auf jeden Fall irgendwie so Überkreuzungen gibt. Mit den Dingen, die er sagt. Und ich glaube, mit Bienen gibt es ja keine einzige Überkreuzung, sondern mit Bienen ist es ja einfach nur Spekulation von uns, oder? Ja, sagt ja nichts dazu. Den letzten Absatz. Meinst du hier das hier? Allergic Reactions or Breeding Problems? Ja, das ist ja das, worauf ich hinaus will, dass ich Schimmel nehmen würde. Dangerous to humans when you know what you can cause damage, making a long-term danger. It's also known to cause allergic reactions or breeding problems. By solution, the world can be removed with regular cleaning supplies and maintenance and can be prevented with good ventilation. In high most... Oh. Das ist es, Chat. Es ist Schimmel. Es ist Schimmel. Damit zwei Überschneidungen. Es muss Schimmel sein. Ja, es muss Schimmel sein. Also Bienen ist vielleicht der Bait mit den Pollen, auf den Bait, den wir reinfallen müssen. Aber bei Bienen hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr gesagt, als nur Pollen. Hab in meinem Zimmer zu Hause auch Schimmel gehabt. Hatte instant Allergie und konnte nicht mehr atmen. Oh no, das klingt schrecklich. Jetzt haben wir irgendwie eine halbe Stunde gebraucht für einen Fall. Do you know if there's such a thing as house they've set clean? Like, maybe to disguise the robbery? At night, I keep hearing all this noise coming from my living room, but when I go look at it, I find the place spotless. But I haven't yet found anything missing. I've talked with the cops, but they keep telling me to call this number. So here I am. Is there something you can do? Ja, Hausdiebe, die aufräumen. Da hatten wir, glaube ich, letztes Mal den Desk-Hop genommen. Desk-Hops are subspecies of Hop that are known to inhabit desks, vanities and other... Ne, Moment, den haben wir genommen. Den Common-Hop. Den haben wir genommen. Common-Hops are the most common species of Hop found in the household. They are small humanoid creatures with grey, burlabs, light skin and small vertical lofts of their hair on their head. They have no false face. They are known for their tendency to consume dust, dirt and common sticky substances found on the floors and dishes, cleaning them in the process. They are generally only come out at night. Also, er kommt nachts und er räumt alles auf. Hops are not dangerous to humans on their own. If provoked, however, they are capable of mischievous acts and metamorphosis. Hops cannot be compelled to leave on their own once nested in their home. Instead, one should take measures to prevent provoking metamorphosis by leaving out a bowl of cream and milk at night. Aber es steht, ich weiß nicht halt, es ist vielleicht eines ihrer mischievous acts ist vielleicht Dinge klauen. Weil hier steht halt nichts von klauen eigentlich, ne? Aber er räumt halt auf und er kommt halt nachts, ne? Ja, komm, wir nehmen den. Wird schon passen. Jetzt hat er gesagt, ein Dieb, der halt sauber macht, oder? Hat sie nicht irgendwie sowas gesagt? Ob es einen Dieb gibt, der sauber macht? Ja, Buzzgooper hier. Ich bin havin' a heck of a time over hier. Ich hab diese Snappers in Chenin' und aber ich schreien all over the place. Oh, Snappers, ich hab das Oh, just all over the place I knock these Ripper Snappers open and clean and I can't get a week of sleep. Vielleicht einfach ein Dieb, weil die nachts Geräusche hört und eindeutig jemand was gemacht hat. Snappers itching and whooping, crying all over the place. Just all over the place I got these weepersnappers yelpen. Ich weiß nicht mehr, was er von mir will. Was redet der Mann da? Just all over the place I got these weepersnappers yelpen and weinen. Also irgendjemand, der weint, rumheult und deshalb kann er nicht schlafen? Jo, ciao und escaped. Sind Fledermäuse am rumheulen? Machen die Geräusche, wenn die schlafen? Hey, was? Achso, ich musste ihn gar nicht lösen, sein Fall. Oh. Hier habe ich, glaube ich, irgendwie so Insekten oder so genommen. Termiten, glaube ich, habe ich hier genommen gehabt, letztes Mal. Aber ich weiß nicht, ob das richtig war. Something crawling in the walls. I think I found teeth marks on my bedposts. Und das war das halt, was halt bei Termiten vielleicht ein bisschen weird wäre. Wieso sollten das Zahnabdrücke sein, wenn es Termiten sind, ne? Aber sie hört, please hold. Ja, ja, Termiten lassen keine, keine Dingens. Bei dem Gopher stand irgendwas davon. Aber Gopher ist doch nur im Garten. Beim Gopher stand nur, dass sie abstehende Zähne haben vorne. Commonly damaging gardens. Nee, die gehen nicht in die Wände. Irgendwas Großes, was beißen könnte. Was Stück. Was irgendwie an einem Bettposten rumbeißen würde. Bei einem stand was von Bissspuren. Yo, ciao, Bika. Bissspuren. 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 irgendwas von wänden hatte man glaube ich bei den carpenter ins irgendwas von werden aber die werden ja nichts beißen hier fein rustling sound coming from the walls weil die dort die nester bauen ne bettief sind bettwanzen bettwanzen hinterlassen er keine keine bis abdrücke auf dem bett post wer zu viel könnte das sein oder vielleicht ist es irgendjemand der die carpenter 1 ist und sie hat zu hause in den wänden diese carpenter 1 und dann irgendjemand noch der diese ernst frisst ich gebe es zu ich war es 8 jules was bist du für ein wesen boah was ist das denn dieses dumme fucking hier i think i found teeth marks on my bed posts als ich mal katzen kratzen in den wänden hatte waren es ma da ich meine wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen dass jemand in ihre bedposts reingebissen hat muss es ja jemand großes sein sprich ich kürze fliedermaus sein im blüten heißt und sightings of more dry pellet droppings bed's more dangerous than most household pets given their ability to fly by it and spread disease such as rabies they also commonly have associations with the ones in both the soil increasing the potential danger significantly better dangerous Stubborn und schwierig zu entfernen. Es sollte nicht entfernt werden, ohne die Hilfe von O.K. Der könnte es halt auch machen, theoretisch. Er ist auch groß genug, um irgendwas zu beißen. Das ist kein scheiß Insekt oder so. Aber hier steht halt nichts davon, dass er irgendwie im Haus sein könnte. Hier steht immer nur was von Garten. Dann könnte es vielleicht eine Maus sein. Gnormarks. Gnormarks, chat. Mice are capable of carrying any number of disease. So they serve as an indirect danger to most humans. Ja, es ist ein Omnomnom, Marx. Also Fledermaus, Maus. Der ist es nicht. Oder halt ein Raccoon. Würde ein Raccoon ein Bett essen? Und Mäuse können Wänden sein, ja. Also sollen wir einfach Mäuse nehmen? Sollen wir Mäuse wieder nehmen? Schon das zweite Mal? Sollen wir Mäuse nehmen? Weil ansonsten wäre es vielleicht Fledermaus oder Raccoon. Bei Raccoon haben wir gar keinen Hinweis und bei Fledermaus haben wir halt, ja, wohnt auch im Haus und macht nervige Geräusche. Ist das ein Horrorgame? Ja. Ja. Wo ist der Horror? Links und rechts von dem Spiel siehst du zwei schwarze Balken. Die sind ziemlich dunkel. Die sind ziemlich dunkel. Ja, hey, ich spreche über ein Geräusch. Ich habe in meinem Haus gehört, seitdem ich in meinem Haus hörte. Es klingt wie ein Geräusch oder so. Es ist wirklich kürzisch. Es ist definitiv ein bisschen wie ein Pest in meinen Händen. Ich habe ausgedeckt, aber ich glaube, dass eine funktioniert für ein paar Jahre. Aber dann habe ich es wieder gehört, diese Woche. Ich habe keine solle Schmerzen gesehen. Es ist wirklich kalt, aber es ist definitiv ein Pest in meinen Wäldern. rausfinden, was sie für ein Problem haben. Und es wird wohl immer abgefuckter und abgefuckter. Dass dann später auch irgendwelche Monster dazukommen und sowas. Carpenter Ants sind gefährliche Menschen, aber sie sind weiß, dass sie beitern, wenn sie verletzt werden. Sie sind auch weiß, dass eine Krankheit verletzt werden und kann sie Verletzungen zu Homes, die ein Nest befinden. Carpenter sind kleine Insekten, die nestingen in den Wald. Homeowners infested with these pests sometimes report a faint rustling sound coming from their walls and the ants build their nests. Also, das wären leise Geräusche, die aus den Wänden kommen. Termiten, sagst du? Termiten sind kleine Insekten known for consuming decaying plant material, in particular wood, homeowners with a termite infestation open report, peeling paint, small holes in dry wall squeaky floorboards. Ne, das hat er nichts davon gesagt. Er hat gesagt, er sieht nichts. Es gibt nichts zu sehen, er hört nur ein bisschen was. Sounds like scratching or something. It's real quiet. Also, es gibt ja nichts mal was zu sehen. Das heißt, es wird kein Termit sein? Es wird nicht irgendwie dieser, 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 dieser Fracture Hop sein? Weil seine Kratzer und so weiter siehst du ja auch überall. Ja, lass, lass, nee, die Fledermäuse waren, glaube ich, laut. Die sind, glaube ich, lauter. Und der hat ja auch gesagt, er hat nichts gesehen. Und ich glaube, die würdest du sehen. Komm, wir nehmen Ameisen. Wir nehmen Ameisen. Ja, wir nehmen Ameisen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es falsch. I don't know. Aber es ist halt ein Wild Guest zu sagen, es sind jetzt Fledermäuse. Weil bei Fledermäusen steht nichts, was irgendwie eine Überschneidung hat. Bei Carpentern steht wenigstens, dass sie in den Wänden sind. Und er hat gesagt, er hört es in den Wänden. Ameisen können nicht kratzen oder so. Ja, tun sie auch nicht. Ja, das ist easy, oder? Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch direkt gewählt. Das ist der Desk-Hop, oder? Desk-Hops are subspecies of hop that are known to inhabit desks, vanities and other similar structures. They are regularly like to tidy their homes and will frequently sort and order materials in the desk to their liking. Der Physically... Ja, das sind die, ne? Das ist hundertprozentig der. Das muss der sein. Den nehmen wir direkt. Es ist Bob! Das ist super obvious, oder? Den brauche ich auch. Hundertprozent! Alles richtig wieder, okay. Es waren die Ameisen in der Wand. Alles richtig. Alles richtig. Nice. Tag Nummer drei. Let's go. Ich habe ein neues Video. Ich habe ein neues Video. Ich glaube, die hörst du. Du wirst dann an der Wand irgendwas komisches hören. Es ist real, ist es. Community Alert! Eine Zivilautorität hat ein Missing Persons Alert für die folgenden Kontrien Busch County, Maple County, Parkway County, Berry County. Jo, ciao. Moment, weiter. Da gab es fünf D da. Da auch sechs Badräume. Es sind weniger Schlafzimmer als Badezimmer. Ja, es ist ein großer Mann, der irgendwie ein Kind gecapnet hat oder so, ne? Carpenter sind ja auch größer als unsere europäischen schwarzen Ameisen, oder? I don't know. Also greifen unsere Ameisen überhaupt, unsere schwarzen Ameisen überhaupt uns an und beißen uns? Weil die Carpenter-Ens, die greifen wohl an und beißen. Hier wieder so eine neue. They gave you access to more info, didn't they? I warned you. If you end up like me, join me in this hole. They haven't found me yet. It's safe here. Und dann ist da unten ein Loch. Also wer immer diese E-Mails schreibt, der hat sich wohl in unserem Beruh in der Wand versteckt. Scheiß-Freak. Let's go. Rote Waldameisen schon. Die sind maximal pisst, wenn man die ärgert. Im Kindergarten hat mir eine Ameise ihre Säure ins Auge gespritzt. What the fuck? So, jetzt kriegen wir wieder neue Einträge. Jetzt wird immer komplizierter. Von Tag zu Tag wird es immer komplizierter. Hast du seitdem jetzt immer panische Angst vor Ameisen? Ich hab mal eine Doku über Ameisen gesehen. Die war unerwartet. Sind die so crazy? Können die Menschen töten? Hallo, Supervisor Carol hier wieder. Wir haben die Verpflichtung verabschiedet. Du solltest jetzt haben access zu mehr extensive informationen mit arbeiten für deine future calls. Bitte be sure to read diese neuen entries carefully so you can continue providing our clients with accurate diagnoses. Please remember that this information is strictly confidential and not to be shared with anyone unless pertinent to a caller's needs. Thank you. Thank you. Die hat doch was zu verstecken. War noch Jahre danach eigentlich viel zu gemein zu hameisen. Ja, ich wollte zu Insekten war ich als Kind auch mega gemein. Ich bin ein richtiges Monster. there. There's something in the basement. I've seen it. It's huge. Almost as big as my dog. It doesn't hiss or growl or anything but I haven't gotten close enough to it to find out what it is since it's always just lurking out of sight from the top of the stairs. I need someone to come get this thing out of my basement as soon as possible. I've locked the door since I can still hear the steps creaking under its weight down there. Okay, ähm, das hat mir ja noch letztes, also das ist der Tag, den ich letzte Woche verloren habe, das heißt, wenn ich den Tag schaffe, dann haben wir neuen Content und wir haben jetzt neue Sachen, hier Boggart, so und ich glaube, ich habe damals den hier genommen, den Boggart, den sieht man hier, da versteckt er sich, weil er sich unter Treppen versteckt und das war vielleicht falsch und ihr meintet, es ist, ähm, es ist, wo ist denn der, die meinte, das ist der hier vielleicht, Stairslugs are large, dog-sized slugs, ja, er steht schon aus dog-sized sogar, slugs, they are commonly known to occupy stairwells and basements, und basements sogar, das ist er. Homeowners infested with stair-slugs commonly report a slimy residue on steps or other, ja, das ist der. Groß wie ein Hund, er ist, äh, im Keller. Can be beneficial to a household as they frequently feed on other pests such as mice and hops, but the slimy residue they leave behind can lead to dangerous accidents and slippage if not properly cleaned after. So, ich nehme das diesmal, diesmal eure Wahl, Stairslock. Klingt auch viel, viel besser als meine. Was geht ab, Alex? Und ich hatte letzte Woche den Boggart genommen, weil, okay, können wir nicht, keine Zeit. Hey, uh, I've been hearing some really weird noises coming from the bathroom faucet recently. I'm not sure what it can mean. It just makes this nasty sound anytime I run it, along with this, uh, nasty smell. So, und das, das war auch eine Sache letzte Woche, wo ich, ähm, einen Hop genommen habe. Aber, im Endeffekt war es nicht der Hop. Also, hier, ich hab den Pipe-Hop genommen. Letztes Mal. Pipe-Hop, das ist wie dieser Hop, bla, 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 bla. Ähm, their bear no false face and are much smaller than, bla, bla, bla. They will commonly emerge from their home at night and consume any dirt, grime and hand cleaning in the process. Irgendwie sowas, glaub ich, hab ich, ich weiß nicht, wieso ich den genommen hab, aber ich hab den auf jeden Fall genommen. Aber, es ist wahrscheinlich eher Frozen Pipes. A common household tasered during cold seasons, characterized by the water inside pipes freezing and expanding, causing sopages, cracks and leaks. Homeowners with Frozen Pipes may report strange fossil smells, banging and whistling sounds coming from pipes or leakage. Oder? Das ist es. I've been hearing some really weird noises. Also, es macht weird noises. From bathroom, passt. Bathroom faucet, recently, ja, passt. I'm not sure what it could mean. It just makes this nasty sound any time I run along. Along with this nasty smell. Und es stinkt halt. Wir hatten sonst noch was Pipe angeht, hätten wir hier Pipe Growth. Pipe Growth are a type of fungus that are known for making homes inside them. Tube-like structures such as pipes. Pipe Groves often grow slightly larger than the pipes they inhabit. And will therefore clog the pipe indefinitely until their removal. Pipe Groves are known to make loud, bubbling digestive noises after they eat full meal. Most commonly accidents occur when a human child attempts to reach their hand inside their home. Okay. Frozen pipes. Also Chad, wenn ihr irgendwas in eurem Pipe hört, steckt nicht eure Hand rein, okay? Aber ihr seid ja auch keine Kinder, ne? Sowas Dummes würdet ihr nicht machen. Cock geht, das geht. I can't see her face. I can't see her face. She's dead. I can't see her face. They're all gone. It's all gone. Hier habe ich, glaube ich, den Mirror Geist letztes Mal genommen. Ich weiß nicht. Ein paar Leute haben letzte Woche dagegen gesprochen, aber ich weiß nicht, wieso. So, ähm, ne, oder der Memory Wisp? Ne, ich habe den hier Mirror Nymph, glaube ich, genommen. Mirror Nymphs are a subspecies of Nymph that are known for stealing the likeness of homeowners and passerby. They are generally small, faceless, ne, 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 warte, ich habe Memory Wisps, glaube ich, genommen, oder? Hier. Memory Wisps are invisible and odorless household wisps that are known for removing memories from their home and its own homeowners. Homeowners, infested with Memory Wisps, will often report missing pictures, photo albums, and the inability to remember the faces of loved ones. Yeah, wir wissen nicht, ob es richtig war, weil wir kriegen ja keine Bestätigung, was genau richtig war. Aber das klingt halt genauso nach. Seine Frau ist gestorben und er kann nicht ihr Gesicht sehen, er kann sich nicht an ihr Gesicht erinnern, weil alle Fotos wahrscheinlich von ihr weg sind und auch die Erinnerung ist weg. Er kann sich nicht an seine Frau erinnern. Memories are not a danger to the physical health of humans. However, the ability to affect human memory can sometimes lead to household accidents or reckless activity. Aber du bekommst doch eine Beschwerde, wenn es falsch war. Und ich meine, der war happy. Ne, wer hat denn keinen... Die melden sich ja, glaube ich, erst am nächsten Tag, wenn die eine Beschwerde hatten. Und den nächsten Tag haben wir, glaube ich, nicht mehr erlebt. Weil ich glaube, an diesem Tag habe ich das letzte Mal verloren. Oder? Habe ich noch den nächsten Tag erwischt gehabt. Ich meine, der Tag war der letzte. Vielleicht vertue ich mich, ich weiß es nicht mehr. Aber er sagt, dass seine Frau dead ist. Ja, ja, wahrscheinlich ist die mal gestorben vor irgendwann, vor einer Zeit. Und jetzt ist der Memory Wisps da und hat alle Fotos gelöscht und die Erinnerung an das Gesicht bei ihm gelöscht. Und der dreht jetzt durch. Vor allem, was trauriger ist, du kannst nichts dagegen tun. Die gehen von alleine. Red Pinball, ich kenne die Lodge, ein Complaint against Ihr place of business, Upper. Ich habe nie gesehen such a big ol' mess left behind by your pest control team. Just tons of twigs, sticks, pebbles, sod, und ich habe es nicht mehr. Ich habe sawdust coming out of meine drawers hier. Und ich habe dich bei der Goober und schmack dich around bis zum nächsten Sonntag. Oh, was ich gonna do, what you gonna do to make this right? Digga. Was sind diese Calls? Swooping and whooping. Hier bei der Memory Wisps, voll traurig, dass du kannst gegen die Memory Wisps nicht machen. Die gehen irgendwann von alleine, wenn sie alle Erinnerungen gestohlen haben von der Person. Du kannst nichts dagegen tun. Dein Gehirn wird einfach ausgelöscht. Das ist easy, oder? Das sind die Bettwanzen, oder? Hier, das sind die Bett-Tiefs, oder? Und mein Bild ist verschwunden plötzlich. Ich kann nichts mehr lesen. Ich bin offline, oder so. Die guten Bett-Szene. Ich weiß nicht mehr, was man machen musste, damit das wieder geht. Ich habe gerade Internetprobleme. Ich nehme mal wie viele Bett-Tiefs. Kriege ich wieder Internet? Ich glaube, das Game will sehen, ob du dich erinnerst. Hallo? Ich wurde gesagt, ich habe diese Nummer um zu fragen, um meine Probleme zu fragen. Die Wache in meinem Bett-Rum sieht nicht nah an dem Boden. Der Boden hat ein paar Kräfte oder vielleicht es pülen. Ich bin nicht sicher. Ich habe einen Kut namens Whiskers und manchmal mag er seine Klauze auf dem Kloch aber er würde nie das auf dem Wallen tun. Er weiß wie krass wie krass das wäre. Okay. Bitte hau ich meine ich habe letztes Mal den hier genommen und irgendjemand also ein paar Leute im Chat meinten ne das kann nicht sein ich habe ihn aber trotzdem genommen Fracture Hops are a subspecies of hop that are known to cause cracks and fractures in the walls of the homes they inhabit they are physically similar to other hops also weil die hinterlassen cracks and fractures aber was hat sie gesagt doesn't look right near the bottom the bottom of the walls has some cracks or maybe it's peeling und das passt ja eigentlich aber ich weiß nicht was letzte Woche der Chat meinte dass es was anderes eigentlich ist líquid substan das ist eine líquid weins bright nee whistling fungi whistling fungi a small mushroom like grows with many small holes in their caps that frequently grow through drywall gaps and cracks hormone infested whistling unicorn fungi das ist einfach der wurm der auf den tieren einfach so aussieht dass wir als unicorn alter da gab es irgendwas wo sachen von der wand gepielt worden sind ja das ist der memory wisps glaube ich toilet top der wäre im bathroom natürlich they bear false faces and have two separate clumps of wispy hair and bla 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 like most hopes they tend to clean their homes when they are active at night keeping the toilet they inhabit nearly spotless okay das ist nicht tea sprite und das ist auch nicht irgendwas mit T ähm du meinst das hier mit peelen oder war das nicht das hier nee wer war das nochmal ich weiß was du meinst aber wer das nochmal Termiten report peeling paint small holes in a dry wall or squeaky floor boards paint peeling paint basakti the bottom of the wall has some cracks or maybe it's peeling also es ist schon wohl also wenn sie schon so sagt boah das ist schwierig aber wenn sie schon so sagt es sind cracks oder vielleicht ist es auch so eine abpellung das heißt es ist ja nicht offensichtlich ein crack und fracture hop macht doch offensichtlich cracks und die machen hier dass das painting halt abpeelt und sie machen halt kleine löcher in trockene wände aber jetzt nur wegen dem wort peeling jetzt die gut wir nehmen wir nehmen wir nehmen den 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 fracture hop wegen dem crack und wir nehmen wir würden die termit nehmen wegen dem peeling beide jeweils wegen einem wort not dangerous to the home but the fractures and cracks they cause can lead to foundational issues in the home like any other hop they are also capable of metamorphosing fracture hops cannot be removed to prevent further danger measures to prevent metamorphosis should be taken as soon as possible it is advised to leave out a slice of any kind of cheese each night before going to bed ja keine Ahnung wir nehmen einfach den fracture hop wie letztes mal i don't know das könnte auch die tapete sein die da oder das painting was da irgendwie abhält i don't know aber dass sich das schon so in frage stellt ob das überhaupt ein kratzer sein könnte dann ist das ja nicht obviously ein kratzer und der macht ja wie es aussieht auf dem bild macht er ja obviously kratzer aber er ist auch schon sehr klein huh ja Okay, also irgendjemand, der vor mir hier gearbeitet hat, hat ihm wahrscheinlich gesagt, das ist einer der Hops, weil einer der Hops war irgendwas mit Cream, ne? Bei einem der Hops war irgendwas von... Das war hier Käse, ne? Cheese. Ja, hier. Ich denke mal, die Person, die hier vorher gearbeitet hat, hat gesagt, das ist ein Common Hop. Weil hier, Leaving out a bowl of Cream or Milk at night. Und das hat er nichts gebracht. Das heißt, es ist definitiv nicht der Common Hop. Und er macht Weird Noises from my living room. Dealing with this racket, sagt er. And now we are starting to have power outages. Also die haben jetzt Stromausfälle. Das ist ein WhatsApp. Die laute Geräusche. Hm. Der Raccoon ist es endlich. Warte, wo war nochmal der... Okay, ja. Was hat der nochmal gemacht? Bogarts ist der general term of metamorphosed hop. There are large, hairy humanites between six to seven feet tall and beer, fairly convincing, false facts. They are known for causing household accidents such as flooding, fires, electric autogies. They also frequently observe their targets while they sleep. Extremely dangerous to humans and pets due to their malicious nightly household activities, which can often cause injury or death. They also react very violently when seen by humans. But thankfully, these instances are rare as they excel at staying hidden. Do not under any circumstances refer to an active Bogart by any name. Once you became aware of its presence, simply vacate the pyramids, provided you do not speak to the Bogart at any time. Aber Dinger, wenn der Bogart da sechs bis sieben feet tall ist, wird er das nicht erwähnen, dass er ein fucking riesiges Monster bei dem unterwegs ist? Aber das würde halt passen, weil vielleicht, Chad, vielleicht war das ja vorher ein Hop. Und, also, es war wahrscheinlich ein Hop. Wahrscheinlich, es muss ja ein Hop gewesen sein und der hat sich verwandelt. Genau, ja, genau, genau. Äh, hier. Äh, ein Infopackage you sent me said something about leaving out a bowl of cream. What of cream? Äh, what kind of joke is that? Und vielleicht hat er es nicht ernst genommen, genau. Er hat es nicht ernst genommen, hat nicht diese Creme da rausgestellt und der Hop hat sich jetzt mittlerweile verwandelt. Komm, wir nehmen Bogart. Und jetzt hat der Bogart Probleme. Ich glaube, das ist der Letzte. 83 Prozent. Wir haben einen Fehler wahrscheinlich. Was könnte falsch gewesen sein? Vielleicht ist es wirklich, das ist ein Problem mit dem, mit dem Fractured. Mit dem Fracture Hop. Vielleicht war das wirklich ein Fehler mit dem Fracture Hop. Vielleicht war es wirklich, das ist unser Fehler. Schwierig. So, ja, da kriege ich sogar eine Chiefman für den dritten Tag. Das heißt, jetzt kommt was Neues. Neue Mail. Hallo, Home Safety Online. We are excited to introduce to all of you our brand new office pet. Ah, wir haben ein office pet, Whiskers. Whiskers is loyal, friendly and is serious about pest controls as we are. Please give Whiskers a warm welcome if you see him wander by your desk. Please refrain from picking up or feeding Whiskers as he is still getting to know everyone in the office and has scheduled feeding times. Okay. Okay. Oh, und Shiva ist da. Das ist die Kasse von deinem. Neues Video. Ein Tijo. Ja, Shiva ist mein office pet. Das ist die Kasse von Meis. Meis. Es ist einfach eins zu eins dieselbe Maus. Known for its uniquely colored iris and more importantly, its increased intelligence. Mice have brains smaller than peanuts and yet modern science has observed they are capable of thinking quite intelligently and in the case of the smart mouse, perhaps even capable of communication. With the help of modern computer technology, today's scientists have been able to interpret the previously indecipherable squeaks of a smart mouse and have discovered what seems to be hidden messages within. Let's take a listen. What do you think? Is this a wonder of evolution? Or are we just hearing things, that aren't there? Do Meis and Men have more in common than previously known? Well, I suppose that's what makes this a science mystery. Shiva, du stehst vor dem Bildschirm, ich sehe nichts. Leg dich hin oder geh. Die kann Shiva nicht zeigen, die ist hier. Da ist Schwanz. Da ist sie. Ich habe gut gemacht, Chat. I have once again updated your permission, so you should have access to more and accepted household hazard information. Keep up the great work employees. Our eyes rest upon me. Our eyes rest upon thee. Was? Was? Geht schön. Hey! Etic Gnome. Ach du Scheiße. Sella Grotto. Sella Grotto. Fave Feast. Fave Flu. Ach du Scheiße. Floor Roots. Die Horde einfach. Okay. Invisible. I think the map is something wrong with our faucet. Recently I've been having the worst kind of stomach bug, just aches and pains constantly. But I'm a month still hasn't gone away and I'm thinking there's gotta be something wrong with the water because we only eat fresh homegrown fruits and vegetables here and we ain't never had any problems until now. I keep hearing things about rustic pipes and water poisoning and all kinds of terrible things that can happen to the water. So and just send someone out to get this fix for us. Also er denkt, es ist irgendwas mit dem Wasser, aber er sagt auch, dass die hier die ganze Zeit frische, äh, zu Hause wachsende Fruits und Vegetables machen. Und genau das, was Bumgur sagt. Ähm, wir hatten hier, wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Weiß ich was mit B? Hier, Foulsbeet. Da. Foulsbeets are creatures with a beet-like appearance that are known to trick gardeners into harvesting and eating them by disguising themselves among their vegetables. Foulsbeets are harmless unless eaten by human, at which point they will take root in the human stomach, feeding off its nutrients for its lifetime. This can cause digestive issues and potential back problems over the course of human's life. Das ist es, ne? Foulsbeets only find themselves in gardens that grow beets. If you do not wish to contend with false beets, it is advised to avoid growing beets. A swallowed false beet cannot be removed without killing the host! It's host! It's host! Ja. Rest in peace. Laundry Gnome. Okay. Night Gnome. Ach du Scheiße. Night Wisp. Portal. Einfach. Einfach ein Portal. Okay. Seedling. Travel Gnome. Boah, das ist schon so viel, ne, Leute? Ähm. Wo ist denn der false? Nochmal. Ja, ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Deswegen esse ich nur Fleisch. Ach so. Auch hausgemacht Fleisch? Und hey, Playbook. Wir haben so viel Neues, was ich noch gar nicht gelesen habe, ne? Wir müssen das eigentlich alles abarbeiten, ne? Ne. 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 Das war das, was ich vermutet hatte, dass das vielleicht ein Fehler war. Das waren die Termiten. Das war nicht der Fracture-Top. Ja, schade. Dann wissen wir auf jeden Fall, was falsch war. Das war Rapping-Sounds, Alter. Die rappen da oben einfach, die Ethic Gnomes. Die machen da Battle-Rap oben auf dem Dachboden. Wusstest du, dass es Affen gibt, die sich selbst bis zum Knochen fressen? Denen passiert sowas nicht. Stark. Oh, hey, Fox for the Crown. So, I, uh, hope I got the right number here. Anyway, uh, I think... I think somebody is stalking me. I can see their shadow at night at my window, just staring into the house. When I close the window, I can still hear him out there, breathing. I've been sleeping on the couch every night this past week, just so he won't see me. The police said they can't do anything, so please send somebody or do something about this. I can hardly sleep anymore. Please. Okay, wir hatten unten gerade gehabt, ähm, ein paar interessante Sachen, die dazu passen, vielleicht könnten. Und zwar, hätten wir einmal einen Night Wisp. Night Wisps are a subspecies of Wisps in the form of bright floating lights. They are known to hover outside the windows at night while whispering promises of Valve and got good fortune. Ja, das ist es wahrscheinlich nicht. Okay, what the fuck. Hier, der Night Gnome könnte es vielleicht sein. Night Gnomes are small, hairy creatures with pointed head. They are known for their tendency to enter the sleeping quarters of humans to watch them while they sleep. Homeowners affected by Night Gnomes frequently report sighting them in the middle of the night or report heavy breathing sounds during late hours. Das passt, ne? But those who suffer from heart conditions should consider wearing sleeping masks to prevent being startled by their presence. Ja, das könnte er halt sein. Outdoor. Moment. Hey, Pole, Pole, Pole. Whiskey dump, Pole. ein Portal. Vielleicht ist ein Portal vor ihrem Haus. Vor ihrem Bett. Aber heavily breathing, heavily breathing, breathing heavily passt schon sehr gut eigentlich, ne? Komm. Passt schon. Klappt, klappt, wird schon klappen, ne? Wo ist er? Das wird er schon sein. Kiki, kiki, kiki. Heavy breathing, genau. The Night Gnome is heavy am Breeden. Hello, yes. I believe there may be some kind of problem with our home ventilation. Lately, we've been hearing awful banging noises coming from the ceiling and the air quality seems to have been drastically reduced. My daughter hasn't been able to stop coughing. Fuck. Okay, wir hatten ja schon mal gehabt mit dem Mit dem Ventilation und da haben wir ja den Ding jetzt genommen. Den Schimmel. Aber jetzt kommen banging noises from the ceiling. Und die Tochter muss die ganze Zeit pusten. Das ist die Horde. The Horde is an invisible orderless collective consciousness that is known to collect and store large quantities of common household refuse. Ich denke mal, das ist es nicht. Was haben die alle Probleme mit der Luft zuvor? Tree-like brown roots they are known to grow upwards from the floor to wrap themselves in Floor roots grow slow enough that they serve very little damage. What is Fae-Flu? Simpsons of life included Headache Fever Eye Disclosure Seeds taking out Skin Pores Blum Fae-Flu is rarely fatal but it can Ich habe ja auch nichts mit Ventilation oder Luft oder Ceiling ist das dieser komische Pilz in der Lüftung Wie heißt der? Was meinst du mit Pilz in der Lüftung? Carbomonoxid Produced whenever fossil fuel is burned so your build up can be caused by purely installed maintained stove and water heater appliances or a result of poor ventilation home openers effect will often report headaches dizziness oder lethargy Carbomonoxid can cause death in humans and pets with enough exposure it is a deadly serious threat and homeowners should take precautions and prevent its build up should vacate the secret assistance to remove the poison from the household all windows and doors should remain open until chat was ist mit Carbomonoxid aber still das macht kein banging geräusch ne da stand doch vorhin irgendwas mit attic das kam doch vom dach naja es muss ja irgendein lautes geräusch machen es stand der ceiling awful banging noises coming from the ceiling banging noises awful attic no or a surplus of dust coming out of their ventilation systems das ist oder chat attic gnomes feeling habits can often be a boon to homeowners as they consume dust cobwebs and household pests such as spiders in large quantities however when frightened they will violently expel their meals which can send large quantities of dust particulates into the air causing air quality issue in the household they are very easily frightened das ist er oder die sind auf dem dach boden oben machen fürchterliche geräusche und verbreiten überall staub und die tochter hustet wahrscheinlich deswegen stauballergie oder so komm wir nehmen den der klingt ja sehr 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 passend gab es nicht einen ceiling growth oder so ceiling growth es gibt den cellar growth meinst du den der ist im keller please help me the police refuse to do anything they told me to call you please say you can help my little boy jeremy has gone missing he's eight years old and such a sweetheart the last time i saw him was when i was tucking him into bed last night and checking his messy closet for bees to calm him down oh it's silly i know but my poor jeremy is always so concerned about bees and wasps and stuff i know i miss i miss him so much i miss him so much please 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 say you can help me find him he's all that i have the last time i saw him was when i was tucking him into bed last night and checking his messy clothes for bees to calm him down okay er hat panische angst vor der ruhe der rosenbusch irgendwas auch mit dem mit einer pflanze und da war glaube ich auch irgendwas mit kindern false rose bushes are large plant-like creatures that most most commonly take on the appearance of a red rose bush in place of roots these creatures have two small humanoid feet that they used to chase down prey homeowners with false rose bushes sometimes reports missing pet pets or children false rose bushes pose incredible danger to homeowners with children or pets as their diet consists of small mammals and they are known to be fast and efficient hunters home owners without children or pets face a reduced risk as they cannot swallow whole anything larger than themselves also wenn es das der dinge ist dann hat der rosenbusch das kind gefressen ich meine bei rosenbüschen sind auch wahrscheinlich immer bienen unterwegs würde trotzdem noch was anderem gucken weil sie meinte sie hat ihn zu bett gebracht und heißt das wurde er wurde nicht gejagt ja das war auch irgendwas mit kindern false artifacts are seemingly human designed objects that can manifest suddenly inside a home they are known for making gently buzzing sounds that can usually only be heard by very young human children or small animals homeowners with false artifacts often report out of place objects on missing children or pets also buzzing sounds könnte das geräusch von bienen oder wespen sein false artifacts while not a direct threat to adult humans can pose a significant risk to small human children and animals should a child or pet left alone with a false artifact they are at risk of being encased within once encased no noise made by the prey can be heard while digestion can take upwards of several years to complete starvation can be more passing concern summen wie bienen jaja man so for the right removal is simply invisible moving the object out of the homes ne bisher sieht's nicht so aus würde mein zeitlimit haben aber ich sag nicht unbedingt dass die irgendwie ein neues objekt zu hause haben oder so oder messi closet was ist mit portal ich glaub das war der busch ne ich denke der busch wird der eher draußen sein äh wo ist mit dem portal vielleicht ist das kind durchs portal gegangen portals are door shaped openings to an outdoor location other than the homeowners discovered most commonly in basements or underground sellers ich dachte vielleicht im schrank oder so pols can introduce a wide variety of dangerous elements to a home and should be dealt as soon as they discover they can additionally cause drafts in the jews heating problems to home was habt ihr genommen poppy also wenn wir entscheiden müssen zwischen busch oder oder dem false artefakt ich würde eher false artefakt nehmen weil beides kippnippen kinder aber das eine macht halt buzzing geräusche was vielleicht das kind dachte das sind bienen oder wespen und im schrank im kleiderschrank ist dieses false artefakt und das kind sagt aus dem schrank kommen bienen geräusche wo war das noch mal travel gnome kippnipp der kinder wir haben roots genommen war glaube ich falsch wo war das denn was ich meinte mit den das war so eine puppe auf dem bild hier das sehen wir das tree like brown roots that are known to grow upwards from the floor to wrap themselves around various objects or humans in their vicinity floor roots grow slow enough that they serve very little danger to awake and aware human adults however if not spotted quickly there are known strangling hazard for human children and pets while they sleep removal? leute ich nehme den falls false artefakt das ist ja oder ich bin immer noch bei dem busch weil das in den nachrichten war not sure kann ich nochmal zurück zu dem zu dem zu dem zu dem zu den nachrichten nee ich mache damit das spiel aus nice chat hätte ich mal vorher gewusst dass das geht das ist ja viel angenehmer vor allem wenn ihr mir am handy schaut oder so äh hier ich nehme falls artefakt also vor allem wenn das kind sagt die die bienen und dinges geräusche kommen aus dem schrank im schrank wird nicht der rosenbruch stehen hier jetzt Remember Der Busch war halt Hass. Weil er halt Kinder kippt. Aber sonst hat er keine, keinen hin. Okay, wir haben ihn. Ja, das ist der, der Fractured Boy, ne? Das ist er. Ist er das? Der hinterlässt dir bald Kratzer und... Er frisst halt nachts Käse. Oder das ist ein Bait. Und die... Und die Besitzer vorher haben hier angerufen und denen wurde gesagt, das ist ein Fractured Hop. Das ist ein Fractured Hop. Aber es war kein Fractured Hop. Sonst wäre er doch nicht mehr da, oder? Wenn er die ganze Zeit Käse bekommt, dann wäre er doch nicht mehr da, oder? Oder er würde halt nicht mehr kratzen, wenn er überall Käse isst. Aber wer hat denn den halben... Ja, das müssen wir aber vielleicht jetzt herausfinden. Weil das ist irgendwie zu offensichtlich, oder? Der Käse verhindert nur die Metamorphose. Ja, okay. Ist das echt so einfach? Ist das wirklich so einfach? Vielleicht ist das einfach wirklich so einfach. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist ein Bait. Ich glaube, das Spiel baitet uns. Das Spiel baitet uns bestimmt. Ich glaube, das ist ein Bait. Ich glaube, das ist ein Bait. Ja, das ist ein Bait. Ich habe einen großen, kleinen Party. Und wir brauchen das Schmack zu... To für viele Mouths zu feed. Ich meine meine Frau. Ich meine meine Frau. Die Mouths. Ich glaube, das Faust der Kornig ist 항상. Da sind die Mouths. 60 Gallonen Orangensaft. Diese Anrufe checke ich noch nicht. Was die bedeuten. Squeeze, 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 squeeze. Atopia, hi, was geht ab? Hey, so my doctor told me I should call this number. I have no idea why. He won't tell me anything. He said you could help, so here goes nothing, I guess. Um, so I've recently been having just the worst headaches, and just barely I woke up and found my eyes were starting to look kind of pink. I'm really freaked out right now, and I'm not sure what I have. I can't find anything online. Can you help me? Please, hold. Nein! Nicht jetzt Internetprobleme! Nein! Nein! Da war irgendeine Krankheit, Chad. Wo das Gesicht so pink war. Nein! Wisst ihr, was ich für eine Krankheit meine? Das war das Rosending. Feeflu? Das hier. Da ging es ja irgendwie darum, dass die so komische pinke Flecken im Gesicht haben. Soll ich das einfach mit, soll ich das einfach nehmen? Soll ich das einfach nehmen? Oder habt ihr noch was anderes? Oder habt ihr noch was anderes? Also beim Durchscrollen hat man nie irgendwas Pinkes gehabt. Irgendeine pinke... Komm, wir nehmen es einfach. Das ist gemein, Mann. Mit dem Network Error. Das ist gemein. Ich kann mir das doch nicht alles merken. Aber gut. Ich hab ja euch. Das ist gemein. Was für ein Skittish Little Greyhound Goblin? Skittish Little Greyhound Goblin, oder was? Okay, er hat überall Löcher im Haus. Skittish Little Greyhound Ne, das ist es nicht. Skittish Little Greyhound Skittish Little Greyhound jetzt können wir bei uns kurz die Faith Flu Nr. anschauen Rare and dangerous disease commonly spread by household faith. Symptoms of faith flu included headaches, fever, eye discoloration Seeds taking root in skin Okay, das ist es Das muss sein, ne? The flu is rarely fatal, but it can have long lasting effects on the lifetime health of an infected human long term Symptoms commonly included dizziness, fatigue, monocular vision, there is no cure. Oh, nein RIP Der Maul ist sowas wie so ein Maulwurf. Der ist im Garten die ganze Zeit unterwegs Large cave-like networks known to sometimes appear spontaneously in cellars and basements Homeowners with cellar grottos will often report the bad smell coming from the basement Ne, das ist es nicht Large species of fungi known to grow in dark damp environment such as cellars Ne, was macht denn hier Löcher? Jo, ohne Sila, gute Nacht Ciao, ciao Die Horde ist es ja nicht, die machen ja keine Löcher, die sammeln einfach nur Müll Und vergammelt das Essen Laundry, ich denke mal auch nicht, dass der Laundry-Gnom irgendwas mit Löchern im Boden zu tun hat Ein Metamorphoster Hop Sind das vielleicht alles Portale? Bede Bede John Bede 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 Vielen Dank. Oh, die Fluorots, aber das sind doch nur langsam wachsende Pflanzen, die machen doch keine Löcher. Die strangulieren die nur. Ein Gopher ist nur so ein kleiner Freak, der der Tunnel gräbt, aber halt auch nur im Garten. Aber wenn es halt jetzt ein metamorphosierter Hopp ist, wir wissen ja nicht, wir kennen nur einen Hopp, der metamorphost ist und das ist der Boggart. Von mehr kennen wir ja nicht. Oh, das sind superkrasse Termiten. Hmm, Leute, haben wir ihn gefunden. Sein Hund Goblin hat diesen Unicorn-Fungi bekommen und hat überall gegraben. Um, household problems such as broken floorboards. Fungi will go away after a few months on its own without treatment, but can also be treated with cryotherapy or removed surgery. If removal needs to prevent Unicorn-Fungi from developing regular with your pet, especially after any outdoor activities. There is holes over all my freaking house, man. Freaking holes. I am stepping around big wooden splinters. There is no telling how much damage there is. I've got this big gaping one in my kitchen and I have no freaking deep it goes. To top it all off, my skittish little Greyhound Goblin is nowhere to be found. She probably took off after seeing this mess. Sollen wir das nehmen? Nochmal Fractured Top lesen? Und Jock, Dankeschön für fünf Monate. Welcher Tag das ist? Das ist Donnerstag, glaube ich. Da steht halt nichts. Da steht einfach nur, die können sich metamorphosieren. Aber was passiert, wenn sie Metamorphose haben? Wir haben hier halt den einzigen, den wir haben, ist der Boggart. Und der Boggart macht keine random Löcher in den Boden. Komm, wir nehmen den Unicorn Fungi. Und in der Küche ist ja so ein tiefes Loch, dass er nicht mal sieht, wie tief dieses Loch geht. Wahrscheinlich hat sich der Hund, und der Hund ist ja verschwunden. Der Hund hat wahrscheinlich dieses Loch so tief gebuddelt, dass er dann irgendwo in diesem Loch unterwegs ist. All right, I'm gonna need someone to explain what in the name of Christmas is happening to my living room. I'm back from vacation and the house is already turning into a disaster not 24 hours later. And my living room is absolutely covered in soil and plants. Looks like a gosh darn nursery in there. What is happening? Is this what happens when you buy a bad bread or something? Ist das Floor Roots vielleicht jetzt? Dieses Koffer-Ding? Meinst du den Reisenden? Den Travel Gnome? Journal can affect them. They will often create expensive gardens inside their own homes, leaving soil plants and common outdoor pests in their wake. Dies Gnome? Ja, das ist er. Sie kommt ja gerade auch noch von woanders. Sie hat den von irgendwo mitgenommen. Das ist er. Die nehmen wir. Sie kommen gerade von der Reise und plötzlich hat sie jetzt einen Garten. Also ja, es passt. Passt wie die Faust aufs Auge. Kommt noch ein Anruf oder ist Feierabend? Wie Arsch auf einmal. Wie... Ach so, komm mal. ... 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 Wieso sollte sie abhauen? ... 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 den boden die haben irgendwelche komischen dinger schon und irgendwie sagt der slimy squid or something slithering under the near sink wird's like little es ist halt hier unten auch also ich meine wieso liegt es auf dem boden ja komm ich nehme es leider das wird schon die seife sein es sieht aus wie eine qualle wie ein squid ground pipe ist kommt nicht aus der pipe raus 100 prozent ground pipe ist nur ein fungus in der pipe selbst stark chat wir sind zu krass wir sind zu krass so Musik Ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt noch gehen wird Diese komischen Anrufe Dieser Typ, der sich da in der Wand versteckt Was passiert gleich? Musik Musik Ich hasse es, wenn man bei Videos die Zeitleiste unten sieht Ich muss dann immer zu sehr drauf schauen Dann bin ich genervt, dass das sich zu langsam bewegt Musik Ah Okay, wir sollten auf jeden Fall ein Schwert mitbringen, Chad Achso, die werden auch Schwerter für mich haben? Okay Do we still got new Cave? Das ist bestimmt diese Höhle da Da, wo der eine Typ reingeklettert ist und dann gestorben ist Die mittlerweile abgesperrt ist Okay, quiet zone, man muss ganz leise sein Okay, sogar die Schuhe ausziehen What the fuck Ended the game Let's set the game, move carefully and quietly do not stop Aber wieso darf man hier nicht laut sein? No, the lights do not stray Dafür braucht man also das Schwert Da möchte ich gerne hin Das klingt nach einem Abenteuer Das klingt nach einem spaßigen Abenteuer Muss da noch irgendeinen Drachen in der Höhle bekämpfen Hey, voll cool Warnfantreffen 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 Hello, if you are receiving this email, it's because you have been emailed by this address before The employee, this address is registered to, is no longer employed here at home safety hotline As one of But wow, this address will be shut down and no longer able to send or receive email messages Okay, wir können also nicht mehr diese wirren emails bekommen von Mike Oder wie auch immer das war We can play you Hi, Chrissy, bla bla Wir kriegen was Neues Ein Hack halt Cool, eine sicke Maske Cool Die Katz hat ihn gesehen Ja, Samstag und Sonntag ist bestimmt kurz Da rufen wahrscheinlich nicht so viele Leute an, oder? Das ist meine Chefin Park employee, lend dein ear once more Supervisor Carol hier again I've updated thy permissions to grant thee access to all relevant household hazard information Continue thy labors employee Soon thy time in the soil arribeth Prepare thy body Okay, irgendwas stimmt hier gar nicht, oder? Was passiert hier? Okay, Autumn Wines Bad Hack Alter, scheiße, die Hexe unterm Bett Dorcha Some kind of animal has gotten into my cellar I know it's down there Cause I can hear it flapping around sometimes when the house is quiet Tell me, what to do to get rid of this thing Because I think it's getting into all my Pinot Noirs and Chardonnays I found a whole bunch of broken bottles on the floor Stupid thing is probably getting loaded Please hold Fledermausis Fledermausis ist offen doch kein Alkohol, oder? Ist das vielleicht, ist es der Kobold, oder so? Wo ist der Kobold? Der besäuft sich da unten Dark rooms are storage closets and make them their home Homeowners and facets with Kobolds will sometimes report broken floorboards Kobolds are harmless to humans until they are discovered At which point they will often lash out violently protect their home Causing injury Der Wein scheiß Wine Sprites are subspecies of Sprite that are known for consuming wine They are small, large-eyed, winged creatures with translucent skin that often appears red while they are feeding They have long proboscis that they used to drink Homeowners infested with wine sprays community report broken glasses and their wine having rotten taste Wird Sinn machen mit dem Flattern Was für ein Flattern? Aber die flattern doch gar nicht, oder? Achso, wegen, äh, winged creatures Ja, komm, dann nehmen wir die Die saufen Wein und die haben Flügel Nehmen wir Kleine Vampirchen So, äh, I think something may have died inside my desk It stinks to high heavens and something is leaking out of it Ich weiß es I have to lock the door to my office since my kids are overly curious about the smell So, I need to know what to do about this as soon as possible Das ist das hier Ist es das hier? Wood secretions are pink-washes liquid substance that can sometimes from wood that has been mistreated It is known to drip from wooden materials such as furniture or walls Causing a sticky pooling buildup Can be deadly to humans causing a rapid translation of flesh if ingested Keep animals and human children away from Secretion of all costs at its foul adore will be interpreted as sweat Sweet candy-like smell to them Oh Once started, wood secretions will continue indefinitely to remove the hazard from home Sie hat ja gesagt, das stinkt, oder? Something may have died inside my desk It stinks to high heaven And something is leaking out Okay, ja, das stinkt ja nicht Das riecht ja wie Wie candy-like Ah, nur human children Oh Oh Overly curious about the smell So I need Ja, das ist es, Leute Ja, das passt Das passt Wir machen hier einen Durchmarsch, Leute Warlock Remnant What the fuck Left behind by former Warlocks What the fuck I think there's someone watching me Outside Something is moving around in the trees And I can never get a good look at them But I know they're out there I've seen their eyes I don't know who they are But the police were no help They just asked me stupid questions Like if I mowed my lawn recently Or if I ate fruit in public or something And told me to call you Hoping you'll be more helpful Nein, 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 nein Nicht jetzt hier Irgendwas hinter den Bäumen versteckt sich Ein Troll? Joint! Joint! Irgendwas versteckt sich hinter den Bäumen Chat, was könnte sich hinter den Bäumen verstecken? Oh, hier ist ein Sprigern Irgendwas stimmt mit der Polizei nicht Die wurde oft referenziert Ja, das heißt ja Die rufen wahrscheinlich immer zuerst bei der Polizei an Die Polizei Schickt die dann nochmal hier weiter Ja, das ist er, ne? Der Sprigern Der kann dich in Bäume verwandeln Wenn er dich anfasst Dann verwandelst du dich in einen scheiß Baum Also Chat, wenn ihr irgendwo mal einen Sprigern seht Haltet Abstand Sonst werdet ihr auf brutale Art und Weise zu einem Baum Jo, CreaOne Gute Nacht Ciao, ciao Ich will eine Eiche cosplayen Aber du bist dann tot My brother told me to call this number But I don't know why Things have never been better around here My brother says he doesn't like the way the leaves move The way they grow around the house like a warm embrace Things are good here, brother Things are good Would you tell my brother that things are good Please Is das hier vielleicht? Autumn wines are wines with orange and red leaves That are known to slowly grow over a house Frequently occurring during the fall Homeowners with autumn wines Often report feeling dizzy Lightheaded or blissful The pheromones autumn wines release in the air While not toxic Can often cause household accidents Thanks to their blissfulness-dissness-effects Ja, das ist es Das ist es Nehmen wir Nehmen wir Wir machen hier einen Durchmarsch Bananenjoy Was geht ab? Baum sein ist bestimmt langweilig Ja, aber du fühlst als Baum Und nimmst Dinge ja anders wahr als Baum Also vielleicht ist es auch eine nice Erfahrung In einem Baum zu sein Dann bist du connected mit der Erde Und mit allen Pflanzen um dich herum Und vielleicht ist es irgendwie auch Eine ganz interessante Erfahrung Hi Do you know how I got here? I'm I'm not where I should be Please, I was told that you could help me My family They aren't my family I don't know what's happened Please tell me how to get back to my family Please hold Das könnte halt wieder der Wisp sein Small humans covered in long brown hair They are known for consuming common household valuables Such as Jubiläry Silverware And other precious metals Hier memory wisp Schon wieder der hier halt, ne? Memory is not a danger Physically But here she is Memory wisps will move out of the house on their own Once they have stolen away the inhibitor's memories Ich weiß nicht, ob der das ist Neighbors doorway Poka Poka Haunter Jo, wer ist der denn? Ach du Scheiße, die übernehmen die Form deiner Haustiere Die erinnert sich an ihre Familie Die redet so weird Die sagt How I got here? I'm not where I should be Please I was told you Can you help me? My family They aren't my family I don't know what has happened Doorframe Vielleicht hat sie irgendwie sich mit dem Doorframe teleportiert oder so? Reanimation Moment Reanimation Ah, and deceased remains of living creatures capable of removing on their own Homeowners with reminations commonly report false melts Ne, das ist es nicht Hm Ähm Warte, ich hatte gerade einen Gedanken, den habe ich jetzt verloren Ich hatte eine Idee gehabt, ich habe es vergessen Ach ja Wie, was ist ein Doorframe? Was ist ein Doorframe? Da, Neighbors doorway Neighbors doorframe-like structures that can often appear in basement cellars They are known to cause confusion if stepped through As well as parallelism Neighbors doorways do not cause any direct harm to humans But if stepped through The resulting parallelism will often result in unwanted household activities such as altered behavior Or perceived missing memories in the human who comes through the other side Neighbors doorways are tricky to remove without accidentally putting one's body through them And potentially triggering their parallel activity Das ist es Check, wir nehmen das hier Das ist es Die ist durch die Tür gegangen und ist jetzt so komplett durcheinander Das ist sie Das ist es Das ist es Die Frau ist verloren One can prevent neighbors doors from accuring by practicing mindfulness and not letting one's mind wander towards wishing for an alternate life pass Okay, ich wollte schon sagen, keiner nur Oh, Moment, was? Achso, wahrscheinlich, weil es ausgesch... Sie redet, weil es so ausgeschissen ist Ähm Äh, wo ist es? Hier, Fae Feast, ne? Oder? Nicht das? Feasts Feasts are my too large size piles of various edible food substances frequently including flora common various species of fungi Okay, die stinken aber nicht, ne? Der Trashhop, der Gnome Trash Gnome Smell of rotten eggs Feind large clumps of fur throughout the house Typical Ah Mit Dinges meinte sie I saw this awful, disguised, gusting pile of crap on my dinner table It's quite too big, which has me worried What, whatever Ja, okay Sie dachte, das hat ihr Hund ausgespuckt oder so, aber das ist ihr Trash genommen Ja, ja, das ist er Das ist ein Waschbärbestimmt Nee, das ist kein Waschbär Gab's eins, wo, äh, oft rotten eggs drin stand Hier steht auf jeden Fall rotten eggs drin, ja Hey, yeah Hey Paul I'm not sure what to do anymore My kids can't sleep at night I've been spraying about 50 different kinds of pesticides all over the place Washed and scrubbed all the bedsheets as much as frickin' possible And every night it's the same story Bunch itchy kids with nightmares waking up at 4am and begging to sleep in Papa's bed I'm fresh out of ideas Itchy kids with nightmares Please Oh Irgendwas hat mir gehabt mit nightmares Irgendjemand hat, äh, Albträume verursacht Aber wer, wer war's nochmal Könnt ihr euch noch erinnern, Chat? Irgendwas hat mir mit Albträumen gehabt Nee, Betttief haben noch keine Albträume verursacht, oder? Nee, die jucken nur Die jucken nur Äh, hier, Chat Ähm, ich weiß es Die Spinne Die Spinne Die Spinne, die Albträume verursacht Wie hieß die nochmal? Die Spinne Die fucking Spinne Ähm, nicht die House Spider Die Gruselige Spinne Die Gruselige Spinne Feet off the dreams of humans While they sleep While this does not cause any direct harm to humans It can lead to increased anxiety And the large webs they weave Can often trap dustpads and children Causing further complications Ja, das ist er Das ist er Und dann gehen die mal zum Papa Und sagen Oh nein Oh nein Die sind dabei Oder so Oder es ist wieder Kinder Sonst wäre der Vater ja auch betroffen, denke ich Spudermann Spudermann in your dreams Ja, je länger man es spielt, desto leichter wird es Weil man dann langsam aber sicher so die Übersicht hat Und ich glaube, wenn ich dieses Spiel hier durch habe Dann kann ich wirklich diesen Job annehmen Und dann direkt am Telefon alle Fragen beantworten Wir haben heute noch keinen weirden Anruf bekommen, by the way Okay, do you want to explain to me what the hell is happening? I called last week to ask why my home heater has been having issues And nothing's changed after following the instructions you sent me Be quiet, I know your teeth hurt, but daddy's on the phone right now Anyway, we're still freezing our butts off over here So tell me what the hell is happening right now so I can get this fixed properly Der hat ja auch alles mit Pestiziden gekillt Weswegen der Weaver erst kommen konnte, ja Portal, wieso Portal? Also deren Heizung ist ausgefallen Da stand drin, dass es nicht mehr ordentlich heizen kann Hieß es nicht bei Portal, dass es eher warm wird, wenn ein Portal da ist? Aber das heißt ja Also es ist jetzt auf jeden Fall kalt Und er hat auf jeden Fall Probleme mit der Heizung Aber er klingt nicht so delusional wie die Frau, die vorhin angerufen hatte mit dem Portal Und die Zähne vom Kind tun weh Ist das vielleicht ein Hinweis? Die Zähne vom Kind tun weh Ist das ein Hinweis? Also ich kann mir vorstellen, dass er angerufen hatte wegen der kaputten Heizung Hat er schon letzte Woche angerufen Und die haben ihm gesagt, ja das ist das ist Portal Oder kommen Das Ziel should be airtight Is not to allow for anything to come inside at home Der gemacht hatte, was ihm gesagt wurde bezüglich dem Portal Und es ist trotzdem immer noch kalt Die Heizung funktioniert immer noch nicht Und sein Kind hat Zahnschmerzen Das haben wir noch nicht gehört, ne? Ah, jetzt sind das mit Wasserschaden Puka? Ja, ich glaube auch Baby ist ein Hinweis Leprechaun klaut ja nur metallische Sachen, ne? Laundry Gnome macht auch nichts mit Heizungen oder Zähnen Ah, Kobold war es auch nicht False Flower, ne? Was auch nicht Leprechaun nochmal Ah, guck mal hier Cause long term damage to heaters, furnaces And other common appliances If they are not properly protected Additionally, Leprechauns can occasionally cause direct harm to humans In cases where homeowners have metallic medical implants Such as braces, crowns Oh, oh, sie hat eine Zahnspange Das Kind hat eine Zahnspange Das ist es, ne? Er macht die Hita kaputt Und sie hat 10 Zahnschmerzen Weil sie die Zahnspange trägt Das war ein Baby, oder? Child crying in background Ja, das ist ein Kind, das ist kein Baby Das klang nach einem 10-jährigen Kind Das klang nach einem 10-jährigen Kind Wird schon passen Vertrau mir, Stone Ich bin hier schon seit 5 Tagen eingestellt Jetzt bin ich ein Profi I think some pranksters might be giving my wife and I a run for our money Lately my wife's clothes have started going missing And at night I keep hearing this strange Will be cushion type sound coming from outside I tried to scare the kids off By keeping the porch lights on at night And putting out a neighborhood watch sign But I think they're onto my tricks Do you have Any advice you can send me? Hatten wir mal was gelesen von jemandem, der Klamotten klaut? Laundry Gnome? Ne, ne? Die Klamotten klauen keine Klamotten Schauen wir mal bei Troll Troll? Trolls are very dangerous to humans When they're startled Thanks to their ability to inflate their bodies To their full height of Okay, die blasen sich auf The skin is quite as flexible It's incredibly durable And will smash through the ceilings of most homes Ja, das ist er Das ist er, wir haben ihn Immer diese Trolle Trollololol und so, ne? Der hat den Gommemode aktiviert Und hat alle Klamotten geklaut Uff Hello, I saw your commercial And I thought I would call Just in case you might know What's going on I was recently putting on my kettle For a bit of afternoon Earl Grey When I heard this awful buzzing sound Coming from the cupboard I looked around inside But I couldn't find anything But a few loose tea leaves I'm quite concerned About the hornets And the bees And the like Because I'm I'm quite allergic To their stings You know So I just wanted to know If there's anything I should be worried about Right now Easy Easy Ja, ist T-Sprite Ist der T-Sprite Der ist ja easy, ne? Ja, jetzt haben wir kein Internet mehr Deshalb kommt hier wieder Jetzt wieder etwas Leichtes Offensichtliches Was man auch so herausfinden kann Aber hat er nicht gesagt Er hat nachts etwas Flauschiges Wie klingt denn etwas Flauschiges Er hat irgendwas doch von Whooping Sound gesagt, oder nicht? Whooping So klingt bestimmt Luft Die da dann rausläuft Hi, we need some medical help I'm not exactly sure what to say Since I talked to our family practitioner already Er meinte irgendwas mit Furzkissen Ja, dann passt's ja Whooping Cushing Ist ein Furzkissen, ah I thought it was just me But both my husband and I Started feeling shortness of breath Around the same time I'm worried about something Spreading through our house Since our kids all have asthma And some particularly Allergies We tried washing all the Bedsheets in the house But that didn't really help much Thankfully the kids haven't had any issues yet So, could you help us out sooner rather than later? Okay, ich bin jetzt gerade nicht ganz hinterher gekommen Okay, die haben Fuck, wir können nicht nachschauen Die haben mit der Nacht plötzlich Das Problem gehabt, schwer zu atmen Ihre Kinder haben aber Asthma Und haben aber kein Problem Mit dem Atmen Carbon Monoxid Wollte ich gerade auch sagen Fällt das schwer zu atmen Bei Carbon Monoxid? Ja Eigentlich schon Aber wieso die Kinder dann nicht? Wieso haben die Kinder Da war es ja gar kein Problem damit I'm worried about something Spreading throughout our house Du wirst vorher unmächtig. Zu klein, das sammelt sich an der Decke. Oder wenn ihr keine anderen Ideen habt, dann nehme ich es. Weil mir fällt jetzt auch anderes nichts ein. Mir fällt sonst nichts anderes ein. Ich kann mich nicht erinnern, wo wir alles gelesen hatten, wo schwer... Also bei Carbon Monoxid kam, meine ich, auf jeden Fall schweres Atmen. Aber es gab mehrere Dinge, wo es beschrieben wurde bezüglich schweres Atmen. Wir nehmen es einfach. Wird schon funktionieren. Wenn wir einen Fehler am Ende haben, hey, ist okay. Weil davor haben wir alles definitiv richtig gehabt, okay? Da sieht man noch kein Internet. Wenn wir dann einen Fehler haben... Who cares? Ja, das sind die Pilze. Das sind die Pilze. Die klingen genauso, by the way, ne? Warte, hier. Das sind die, ne? Aber jetzt können wir nochmal nachlesen, wegen Carbon Monoxid. Die Bad Hack? Oh. Meinst du, wegen schwer Atmen war die Hexe? Die Hexe. Die Pilze stammt. Sag mir, wie ich es rauskomme. Die Instruktion, die du gesagt hast, nicht funktioniert und es riecht so schlecht. Ich höre, warte Ruhe, die von den Mölen kommen. Sie stammt, mich zu essen. Bitte, ich will es nicht essen. Hey, 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 don't make me eat. Okay. Headaches, Dizziness oder Lethargie? Vielleicht war es doch nicht. Noch einer? Ach so, das andere war keine Aufgabe zu erledigen. Hey, ja, Paul hier wieder. Danke für nichts, Pal. Ich folgte die Instruktion, die du gesagt hast. Und sie hatten Jack. Ich habe noch nie einen Schlafen gekriegt. Meine Kinder sind in all sorts of Rashes. See you never. Was wollte Paul noch mal? Der hat doch angerufen. Was wollte Paul noch mal, Chad? Sollt ihr euch noch erinnern, was Paul wollte? Was wollte Paul? Der war das mit der Spinne? Ach du Scheiße. Heißt, ob das mit der Spinne falsch war. Um, hallo? Kannst du mir helfen? Hey, there's this terrible smell in my house. And I can't figure out where on earth it's coming from. I think it's upsetting my puppy Meatball too. He's really been acting up lately. I can hardly blame him. It smells so terribly rotten. Please, can you help? Uh, Poka? 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 Poka are shapeless creatures that commonly inhabit homes in the shape and likeness of a household pet. They're known for their tendency to replace common pets such as dogs or cats and live in their place to watch homeowners eat and sleep. Homeowners with Poka frequently report unusual frightening pet behavior. Pokas are relatively harmless to humans but the discarded bodies of household pets they leave behind can over time create other pests and disease hazards within the home. A foul smell. Ja. Scheiß Pokas. Fasst meine Tiere nicht an. Scheiß Pokas. Ja, sie bringen quasi das eigentliche Haus hier um und dann fängt das irgendwann an zu verwesen und dann stinkt halt die Wohnung. Aber Paul mit der Spinne, Junge, das mit der Spinne, das hat doch viel zu gut funktioniert, als ob das falsch war. Als ob das falsch war mit der Spinne. Boah. Hi, my husband and I followed through on the information that you sent us but we're still not feeling great. I've been having an extra terrible Vivek sleep paralysis and my husband has started using a machine for sleep apnea now so that's lovely. I think we'll be getting in touch with the new doctor so I suppose we're no longer in need of your services. Have a good day. Ich hab keine Ahnung, was die wollte. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gesagt hab und ich hab keine Ahnung, was die wollte. Ich hab sie vergessen. Wer ist sie? Kann sie mir nicht einfach vorher sagen, was ihr Problem war? Aber wieso rufen hier zu viele an und beschwert sich wegen Fehlern? Oh nein. Ich hoffe, wir werden nicht gekündigt. Ich will den Samstag nicht nochmal spielen. Der ist echt lang. Die haben Flipper oder wer auch immer wer immer anruft, die haben ihn irgendwie verwandelt in irgendwas. Das war die mit dem Kohlenstoff Monoxid. Ah, guck. Trotzdem. 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 Let's go. So, letzter Tag, Chat. Wir haben's gleich. Wir haben was im Entry Browser. Ach so, wir sehen jetzt hier nochmal alle. Jetzt kommt wahrscheinlich der finale Test, Leute. Man kann hier nochmal alles sich anschauen. Bad Hacks war neu. Kurz anschauen. Bad Hacks are large human creatures with an elderly woman-like appearance. They are known to dwell beneath beds, hammocks and other suspended sleeping apparatus. Homeowners infested with Bad Hacks will sometimes report croaking or wheezing sounds at night or a feeling of a heavy weight on the chest at night. War das das vielleicht mit dem schlechten Atmen beim Schlafen? Bad Hacks are not dangerous to most healthy human adults but small children and humans suffering from breathing problems such as asthma may be adversely affected by the presence. Bad Hacks are, ja, das ist die. Unknown to steal their breath of their sleeping subjects at night causing shortness of breath. Ach, scheiße. Okay. Was ist Dorcher? Stimmt, was ist Dorcher? Dorcher. Dorcher ist one who delivers homeowners experiencing Dorcher commonly report dread and the sensation of being followed or pursued. They may also experience visions of great lurking shadows. Dorcher will deliver that which it seeks. There is no coming back from deliverance. Dorcher otherwise is harmless to humans it does not seek. Ja, machen wir schon oder Chat? Wir gehen rein, oder? Das checken wir schon hin. Reanimation war nochmal. Deceased remains of living creatures capable of moving on their own. Okay, sind einfach Untote. Das sind so ein Skelett oder so ein Zombie oder so. Closed Labyrinth hat mir noch nie gehabt, ne. Wo ist Closed Labyrinth? Oh, guck mal hier. Ne, das war der Troll. Aber die verlieren hier auch Klamotten. Aber das war der Troll, weil da war Whooping Cushion. Ja, okay. Ja, lass es einfach machen. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Was kriegen wir diesmal? Ne. We are happy to report that we are most pleased with your labors and are currently making all the necessary preparations for your impending dissension, assuming you passed the trial. The soil is fertile. Keep up the great work and thanks for working through the weekend. Perfekt. Wir werden jetzt zu einer Pflanze. Aber warum dürfen wir jetzt alles anschauen? Ja, vielleicht kommt jetzt die finale Prüfung, wo wir nicht mehr uns Dinge durchlesen können. Sondern jetzt müssen wir nur so entscheiden. Per Erinnerung. Mal schauen. Dei trial have begun. Ja, okay. Let's go, Leute. Wir werden einfach zu Sonnenblume, ja? Wir sind money. Wir sind beide. Wir sind Follower unserer Queen. Was sind wir? Bitte ordentlich. Bienen. Bienen, chat. Bienen. Showcase dein Knowledge. Weil bei den Bienen stand auf jeden Fall. Es sind viele und sie haben eine Königin und so. Das stand da dabei auch in einem Text. I'm not living, yet I clatter. I'm small, I'm weak. I serve my purpose, then I die. What am I? Was? I'm small, I'm weak. I serve my purpose, then I die. Animation? Bei Animation weiß ich gar nicht, was da war. Ich hab mir das gar nicht durchgelesen, Animation. Ich weiß nur, bei Animation war nur eine Puppe. Ich hab's mir gemerkt. Weißt du noch, was da ungefähr stand? Aber es war auf jeden Fall small und weak. Es war eine kleine Puppe. Und es lebt nicht, weil es halt nur eine Puppe ist. I'm not living. Also es wird schon zu der Puppe passen. Aber ich hab keine Ahnung, was die Puppe gemacht hat. Außer, dass es eine Puppe ist. Die Puppe macht, was ihr gesagt wird und dann stirbt sie. Okay. Ja, das passt eigentlich, ne? Forge ahead. Oh, Junge, ey. Endboss einfach. Alles muss man sich merken. Aber deshalb hat man so viele Aufgaben, ne? Damit man am Ende damit halbwegs klarkommt, ne? Einfach alles ausdrucken. Was ist ein Encroucher? Übersetzen. Encroucher. Eindringling. I'm the beggar? Ich bin der Bettler. Ich bin der Eindringler. Auf den Drive vor allem. Okay, Biakko. Lass Schiebe raus. Gleich hier. Einringling des Trockenen halt wirklich. Oder er dringt ein aus dem Trockenen. Er ist ein Freund des Wassers und der Luft. Ich bin ein Bettler und ich bin ein... Also, der Pilz, Leute. Die singenden Pilze. Die dringen auf jeden Fall ein. Und sie kommen aus dem Trockenen. Weil das waren trockene Wände. Aber Pilze brauchen ja Wasser und Luft. Ach, der schiegt Water of the Sky. Nicht Water and Sky. Bettler? Wieso Bettler? Aber ja, könnte vielleicht die Regen-Nympfe sein. Ja, das Wasser dringt in den Dingerzahlen, ja. Ja, Leute. Lass die Nympfe nehmen. Die Regen-Nympfe. Die bettelt am Fenster? Ach so, weil sie nicht reinkommt, weil sie dann gegen das Fenster klatscht. Der Regen. Press on, Employee. I'm the king of pestilence. I'm the king of pestilence. I'm forever... Was? Was? Also diese Faith-Flu war auf jeden Fall Mücke? Wieso Mücke? Belästigung. Ich bringe den Tod und ich bringe die Pest und ich bin eine Belästigung. Das kann ja vieles sein. Sind Fliegen nicht das Zeichen des Todes? Ist das so? Ich meine, wenn du das sagst... Speed, hau. Oh, Heißfeier. Lord of Lies. Rejoice. Werden wir gleich auch in den Meerschwätschen verwandelt? I seek the domains of those who have too much stead within and they'll lose their way. Die Domäne von den Leuten, die zu viel haben. See the domains of those who have too much. Wieso der Labyrinth? Weil sie viele Klamotten haben und wenn sie reintreten, dann verlieren sie sich. Ja, stimmt schon. Weil wer da reingeht, verliert sich ja auch. Ja, könnte sein. Könnte sein, ja. Stimmt. Expand dein Mind. Beim Labyrinth stand auch super viel von Wellfield. Okay. Companions of the gardens will compel those who treat to treat no longer. Companions of the gardens The compel those who treat to treat no longer. Die Siedlings. Die Siedlings war noch irgendwie was, dass die auf die Pflanzen übertragen werden. Kartenzwerge gab es nicht. Also die, die geben, geben nicht mehr. Also wir sind die, wir sind die Verbündeten des, des, des Gartens, aber wir zwingen halt die, die geben, nicht mehr zu geben. Also ich denke mal, sie treat ist drauf treten. Ich dachte, das ist so Handeln, Handeln? Das ist nicht so was wie Handeln geben? Treat? Oh, es ist treten. Trade ist handeln, stimmt, ich bin dumm. Wir zwingen die, die treten, dass sie nicht mehr treten. ich würde es eher mit, wir überzeugen, die trampeln, nicht mehr zu trampeln. Also das sind auf jeden Fall Leute, die eher auf der Seite der Pflanzen sind und die wollen jemanden aufhalten, der quasi die Pflanzen zerstört. Seedlings schützen das Unkraut. Ich habe keine Ahnung mehr, was die Seedlings, was die Story bei den Ziedlings waren. Weil die den Garten irgendwie beschützen oder so. Ich hatte irgendwas im Kopf gehabt, dass die die Pflanzen übernommen haben oder so. Irgendwie sowas hatte ich im Kopf gehabt. Aber wenn da irgendwas sowas dabei stand, dann passt das schon, ja. Let go thy stilted soul. Hallo Shiva, ich erwarte gerade einen Anruf. Die beiden drehen hier durch, die haben mega Hunger. Das heißt, die haben mega Hunger. Die bricht halt aus der Routine raus. Die erwarten die ganze Zeit schon Essen. Seit zwei, drei Stunden. Und ich denke mal, jeden Moment endet das Spiel. Ich bin der Dancer, ich bin der Bringer der Destruction, ich konsume die Wege und die Reckless, ich bin der Forsaken Oil und die kasselste Licht. Was bin ich? Ich bin der Dancer, der Bringer der Destruction, ich konsume die Wege und die Reckless. Ich bin der Forsaken Oil und der Kerl ist Licht. Feuer! Leute, es ist der Hausbrand. Es ist der Hausbrand? Das könnte der Hausbrand sein, oder? Weil das Feuer tanzt, es vernichtet, es konsumt halt alles schwache. Ja, das muss Feuer sein. Das ist ein Hausbrand. Weil es kam auch nie vor. Jetzt kommt es mal vor. Junge, es endet einfach nicht. Die sendet. Es endet einfach nicht. ich bin der Sieker. Ich bin der Sieker. der delivert. Was bin ich? Ich bin der Sieker und ich bin der One, der delivert. Das ist unser Arbeitsmarkt. Der frisst auch alles. mache. Ich bin der One, der delivers. Er sucht, er sucht und er liefert. Kegi, das hatten wir uns angeschaut. Der Dorscher? Aber inwiefern I am the one who delivers. Please hold. War das nicht einfach gegen so einen Schatten, der dich verfolgt? Und das war's? Wieso delivert er jetzt auch noch? Deliver stand super oft bei Dort schon. Okay. der delivert dich. Steht immer noch decent. Wir sind durch. Junge, ihre Augen. Supervisor Carol hier. Wir haben dich closely. Für all diese Zeit hast excellente und akurte Antworten zu unseren Telefonen. Diese Ängste werden nicht unerwartet. Und ich bin froh, dass Sie qualifiziert für eine Prüfung. Bitte stand bei , während ich deine Prüfung. Ja! Wir haben Promotion in progress. Please stand by. Was? was? The fuck? Please be not afraid come close . wants to leave die dem Was? Was genau sind wir jetzt? Wir kamen ja irgendwie wieder aus der Erde oder so. Ich bin eine Eiche. Was? Was? Artbook. Okay, das ist cool. Lunar Archive, Steering, Newfound. Okay. Cooping around. Faith for Dates. Da war so ein Spriggun. Den konnte man noch sehen auf einem Foto. Habe ich gar nicht erkannt. Die scheiß Qualle. The Warlock Remden is in fact an edited photograph of me wearing a Halloween mask from my childhood along with a cheap vampire costume. A hat from past Halloweens. Felt cute. Might delete later. Okay. Stark. Okay. Stark. Da ist sie. Fake Harrells Makeup. Her ancient form. Digga, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, wir können jetzt sehen, was wir hier falsch hatten und richtig. Wir hatten Wanda falsch gehabt, wie auch immer das war. Hier, ja, Day 6 gab es auf jeden Fall einige Probleme. Junge, und am Ende haben wir wirklich 100% gemacht. Wir haben auf jeden Fall den Aufstieg verdient. Sehr geiles Spiel. Ja, das war sehr cool. Das war sehr cool auf jeden Fall. Sehr unique auf seine Art und Weise. Ich habe nur ein bisschen irgendwie mehr am Ende erwartet. Oder was heißt erwartet? Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr am Ende erhofft. Das war irgendwie weird. Also diejenigen, die nicht promoviert wurden. Die waren dann irgendwie. Waren wir alles. Ach, fick dich doch einfach. Waren wir alles Mäuse? Also die, die nicht promoviert werden, werden zu Mäusen? Weil derjenige, der vor mir gearbeitet hat, der hat sich ja in so ein Loch versteckt. Und die Katze hat ihn gefunden. Und der eine, der mit uns immer telefoniert hat, der wurde dann ja auch plötzlich zu so einem squeakenden Wesen oder so. Also diejenigen, die nicht irgendwie promoviert werden, die scheiße sind, die werden zu Mäusen oder so. Ich weiß nicht, ob es noch andere Ending gibt. Ich habe nicht alle Errungenschaften. Mir fehlt, achso, mir fehlt nur eine für complete game. Ja. Kann sein, wenn man die Promotion am Ende dann verkackt, dass dann vielleicht was anderes kommt. Ich kann mal kurz googeln. Aber mir fehlt ein Achievement. Das ein Achievement ist ja alles 100% machen. Die sind der Grund, weshalb die intelligenten Mäuse aufgetaucht sind. Vor allem, dass wir auch dieses Video hatten mit den Mäusen und so, dass da so ein Fokus auf diese Mäuse war. Ganz random. All Endings. Home Safety Hotline. All Endings plus Secret. Für all this time, you have been providing excellent and accurate answers to our callers. Das ist unser Ending. Junge, dieser Song am Ende. Ich hab das letzte Woche gehabt. Ich hab das letzte Woche gehabt. Ja, das haben wir letzte Woche gehabt. Stimmt! Und jetzt sieht man ja die Fol- Ja, ich erinnere mich. Das hatten wir doch letzte Woche gehabt. Natürlich! You're unemployed. Ja, ich weiß nicht. Also unemployed ist auch ganz nett. Dann ist man eine kleine Maus. Squeak, squeak, squeak! Junge, Junge, Junge. Aber war ein sehr unterhaltsames Spiel. Und war cool, dass ihr mitgemacht habt, Chat. Und mitgeraten habt. Das war sehr entertaining. Hat sehr viel Spaß gemacht, Chat. Danke dafür auf jeden Fall.